Ja moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tricky Towers, natürlich zusammen mit Steffen. Moinsen. Und, oh, da gibt es eigentlich nichts hier Spezial. Oh. Achso, jetzt kommt übrigens, wie drehst du nochmal? Achso, so. Äh, ich hab mal alles auf Spezial gestellt. Okay. Oder? Habe ich auf zufällig gestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt von mir selber. Kannst du ja auch nicht sagen. Oh mein Gott, wo machen wir das denn am besten hin? Ja, machen wir es so. Und, zack. Bitte bleib drauf liegen, bitte bleib drauf liegen. Ach, Gott sei Dank. Ähm, hier packen wir das kurz hin. Ich weiß nicht, ob das drauf liegen bleibt. Ja, ich wusste es. Fuck. Ja, ist euch verloren. Ja, direkt jetzt schon. Ja, weil der da oben links so schief hängt, der fällt gleich raus. Ist ja nicht so, dass ich es schon ab und zu mal geschafft habe, auch mal nochmal zu verkacken. Dann werden sie ja wahrscheinlich die nicht zwischenkriegen. Dann wird er auch unterfallen, glaube ich. Ja. Das hat nicht gepasst. Ist ja ja zu spät bemerkt. Oh mein Gott, wie der so wackelt. Oh mein Gott, wie der so wackelt. Ich glaube, ich lege es da ein und mache mal hier kurz Schluss. Ja, jetzt muss ich ja hohe Konzentration. Bevor ich gleich wieder alles verkackele. Ja, der hier oben, der steuert halt richtig. Ja, noch schneller konnte ich jetzt nicht nach rechts. Ja, komm. Mir jetzt auch scheißegal. Ist ja nicht verloren. Easy win. Weil der oben links am Anfang nicht gehalten hat. So easy war es jetzt auch nicht. Ja, drei Stück mehr als du. Ja, ja, drei Stück. Das sind halt die drei, die mir dumm runtergefallen sind. Ja. Oh, jetzt geht es ja richtig ab. Jetzt geht es wieder richtig ab. Nein. Oh Mann. Wann los? Passt da nicht? Doch, aber nicht so, wie ich wollte. Oh, nicht Loch ist. Was passiert? Oh nein, der Nebel. Oh, der Nebel des Grauens. Na, der passt nicht so gut. Da jetzt rein. Egal. Oh, was ist denn jetzt? Oh, oh. Oh, kacke, ja. Oh. Haha. Aber ich muss mich mal nicht beschweren. Ah, du hast es auch als Fundamentblock bekommen? Das habe ich auch. Da habe ich mich doch beschweren. Das ist... Das muss ja ausgleichende Gerechtigkeit sein. In welcher Welt ist das jetzt ausgleichende Gerechtigkeit? Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt... Oh, wo soll ich den denn hinpacken? Oh, den weiß ich, wo ich den hinpacken. Okay, Peter. Hä? Und tschüss. Ja, da... Plötzlich ist die... Plötzlich war er untergefallen. Nee, ja, plötzlich ist das Ding einfach nach oben gewandert. Das war ja übel frech. Was kommt jetzt? Nicht nochmal groß. Oh nein. Oh nein. Slippery mippelly. Geht mir gerade ein bisschen zu schnell hier. Das sieht aber ganz ungut aus, was du da gemacht hast. Oh Gott. Oh nein. Was gelockt und... Oh Gott. Was tut es? Oh Gott. Halt. Oh, der ist jetzt... Der ist nie geblieben. Alter, das war so lucky bei mir. Ja. Das musst du dir mal eine Aufnahme angucken bei mir. Lackeimer auf dem Bild. Ja, ich hab's nicht gesehen, aber... Irgend... Ich glaube, der Block ist nach rechts gekippt, aber dann auf irgendeinem anderen stehen geblieben. Oh, was für eine Frechheit. Weil das wäre dann nämlich auch mein letzter gewesen. Alter, wie dumm war das denn? Schnell und auch noch, äh, Dings hier. Ja, das war richtig reudig. Das war richtig für den Arsch. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht gut wird. Geh ich denn noch drunter? Nein. Den kann ich auch überhaupt nicht gebrauchen. Aber das hält sogar halbwegs. Oh, fällt runter. Das hält so einen Weg. Ich bin hier ja nur kacke. Das ist jetzt eh schon verhauen bei mir. Das legen wir hier drauf. Und das machen wir hier hin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das ist natürlich richtig. Och, na, ganz im... Oh, wie habe ich dir den stabilisiert? Der ist ziemlich dünn. Die aber... What the fuck? Dass der überhaupt steht? Nein! Ach, Gott sei Dank habe ich den... Das war ein synchroner... Nein, ich habe mir halt gerade so gedacht, was tut es denn? Wann machst du einen Fundamentblock, du Penner? Ah, den habe ich richtig dumm gesetzt. Deswegen habe ich Nein gerufen. Aber ich kriege immer nur so blöde Ranken hier. Zack. Geht hoch. Ja, steuern wir jetzt nicht besonders. Mann, ey. Weg damit. Hier, du kannst hier oben noch dich zugesellen. Zack. Oh, dass es auch noch so windig ist. Das ist ja richtig. Ja, ist richtig ruhig. Oh, nein. Oh, nein. Nein! Oh, nein. Ach, Gott sei Dank. Willst du mich verarschen? Ja, du hast auch einen Fundamentblock. Also, heul nicht rum. Ey, was hat das denn jetzt gebracht? Ja, du hast es kurz angehoben, aber ich habe es direkt wieder weggemacht. Mit meinem... Mit meinem Skill. Welchem Skill? Alter, mein Turm ist so am wackeln. Ja, sag das mal in meinem Turm. Der hält wieder. Der bleibt überhaupt nichts mehr stehen. Der wird bei mir viel härter als bei dir. Ich guck dir mal, wie sich meiner durchbiegt. Ja, bei mir wäre schon alles weg gewesen, ey. Nein, nein. Nein, nein. Ja. Das ist doch eine Frechheit bei mir. Bei mir bleibt nicht ein einziger Block stehen. Du hast da überhaupt kein Fundament mehr gehabt. Und die zwei... Bei mir sind aber auch... Bei mir sind aber auch diese Scheiß... Diese... Du hast ja viele Blöcke da noch stehen gehabt. Ja, du hast ja auch einen blöden Fundamentblock bekommen. Also, fuck off. Bei mir ist aber immer nicht der komplette Turm. Fundamentblock. Jetzt rätsel ich dich zu Tode hier. Nein! Was mach ich denn? Was mach ich denn? Ach, wie blöd war das denn? Ich will jetzt endlich auch gleich mal zu Tode. Oh Gott. Ja, wo soll ich den platzieren hier? Ja, da unten. Und da kann ich den platzieren. Glaubst du, das klappt? Ja, wenn... Wenn ich das hier mache, klappt das. Das hat zu klappen. Ich könnte den hier oben hinlegen. Ne, das ist zu risky. Versuch nochmal so das. Das wird nicht klappen. Ach, lol. Wie hast du das denn geschafft? Naja, braucht man halt den ein oder anderen Skillpunkt für. Ich merke das schon. Hm. Das scheint nicht sehr gut. Oh, oh. Oh, oh. Du hast... Aber nubig. Naja, das war schlecht. So einen einfachen Block so zu verkacken. Naja, der hätte eigentlich liegen bleiben müssen. Ich weiß nicht, warum der jetzt da gefallen ist. Aber gut. Hä? Ja, das war schon nubig. Der unten fällt auch gleich. Ja, ich sehe das schon. Den darf ich überhaupt gar nicht mehr berühren. Fuck, ey. Aber ich glaube, da habe ich wohl das zu Tode rätseln ein wenig übertrieben. Ja, etwas. Da habe ich mich zu Tode gerätselt. Ach, komm, fuck off. Das habe ich verloren. Naja, noch ist hier nichts verloren. Ja, natürlich habe ich das verloren. Bitte hau dir den da unten raus. Oh, als ob der nicht raus ist. Schön liegen bleiben. Oh, oh. Der bleibt da niemals stehen. Doch, der bleibt da stehen. Der bleibt da niemals stehen. Als ob. Sollten wir ja auch Feierabend. Ich glaube, das habe ich trotzdem verloren. Ne, das hast du gewonnen, glaube ich. Was? Alter, als ob unentschieden. Ja, ich konnte aber auch keinen mehr setzen. Das wäre nur zusammengekratzt. Wir können jetzt noch Remis spielen, ne? Weil ich verliere, kriege ich zwei und du drei. Ja, oder du gewinnst halt, ne? Also ich kann eigentlich nicht mehr gewinnen. Wie kacke, was für ein Scheißspiel. Was wir überleben, ne? Spezial. Ne, ist es nicht. Das ist nicht überleben. Was denn sonst? Ja, das ist was ganz anderes. Ein ganz anderer Spielmodus. Oh Gott. Ach, guck mal hier, Fundamentblock. Oh nein, ich darf das ja gar nicht. Oh Gott sei Dank hat er den da wieder hochgezogen. Puh, das wäre fast dann ins Auge gegangen. Hä? Ich verstehe hier gerade was nicht. Was denn? Ja, hat random ein Item bekommen und hat auf einmal Fundamentblock, obwohl ich vorher schon die Plattform genutzt habe. Ja, du bist ein Penner, ey. Ich weiß jetzt nicht, ich hab nicht verstanden, wo der hergekommen ist. Du bist so ein Scheiß-Cheater, ey. Ich sag das ja immer wieder. Nein, 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 nein. Was tut es? Ja, komm, dann nicht. Du bist so ein Scheiß-Cheater, ey, ohne Spaß. Ich hab vor allem gleich verloren, wenn der jetzt nochmal ein großer kommt, ja. Oh, und tschüss. Da geht Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Das ist überhaupt gar nichts flöten. Du hast ja nur ein Leben verloren. Ich sehe auch nicht mehr, was da unten ist. Also irgendwas kaputt. Ach du Scheiße. Das fällt nach links um. Was, das fällt nicht um? Ey, das kann doch nicht sein. Ja, komm, fuck off. Alter, wie steht das denn bei mir immer noch? Oh, jetzt fällt's, jetzt fällt's. Halt das Ding zusammen! Nein, halt! Ja! Oh, guck dir, was war denn? Wie ich da gebaut hab am Ende nur noch. Ja, bei mir sah's aber nicht anders aus. Ich hab, glaub ich, das erste Mal in meinem Leben schneller die Steine verbaut, als du. Das ist unentschieden? Als ob unentschieden. Aber hab ich gewonnen, weil ich... Oh, nee. Überstunden. Oh, nein. Und dann auch noch im Rätsel. Warum denn nicht im Rennen oder so? Wir sind schon arme Gesellen. Ja. Das Spiel quält uns. Das hält niemals. Jetzt verkack ich's. 3, 2, 1. Nein! Warum stehst du da hin, wenn ich schon weiß, dass ich ein paar kacke? Das war ja noch die viel dümmere Aktion an der ganzen Geschichte. War mäßig, das ist aber ziemlich kacke aus, Alter. Sieht es eh nicht. Also, ich guck grad nicht rüber, aber sieht es bestimmt nicht. Ah, das ist auch voll die Scheiß-Rätsel-Map. Ohne Spaß. Ja. Was fällt der denn da runter? Probier ich das gleich nochmal jetzt hier. Scheiße. Nein, der darf auf keinen Fall da sein. Okay, ich hab's verloren. Das will ich noch nicht sagen. Ja, guck mal, dann tun wir doch jetzt schon mehr Steine. 1, 2, 3, 4. Obwohl. Weiß es nicht. Ja, doch, ich glaub schon. Das ist wieder auf jeden Fall knapp. Alter, eins auf! What the fuck? Oh nein! Oh nein! Das Spiel wird uns doch heute komplett verarschen. Aber ich dachte vielleicht nach dem ersten Überstunden, es bleibt dann einfach beim Unentschieden. Also, ich würd natürlich niemals den Unentschieden auf mir sitzen lassen, aber... Mal ganz im Ernst. Das reicht dann halt. Bevor ich hier so ein Rennen bekomme. Bevor ich nachher verliere, mache ich das lieber auf Unentschieden. Naja. Hey, hier kann ich ja runterfallen lassen. Fällt mir gerade so. Naja, das kannst du mal machen. Ich sag weg. Ich sag weg. Ist das schon, wie wir wieder überleben? Naja. 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 Und hier bleibt auch gut. Gott sei Dank. Wurde grad sagen. Hier bleibt mich einfach gar nichts überliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hab ich verkackt? Geht das noch wieder gerade? Ne. Ja, das könnte jetzt gleich zum Problem gleich werden. Warum? Was hast du? Ich hab ziemlich Mist gemacht. Bock Mist. Machen wir mal das Rätsel da bei dir ein bisschen schwerer. Ich hab hier einfach gar nicht auf meiner linken Seite... Nein! Das kann nicht dein scheiß ernst sein, wenn du jetzt umfällst. Ach. Dann fall doch irgendwo runter. Das ist mir noch gegangen. Okay, überhaupt nicht gebrauchen. Weg damit. Schnell, 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 schnell... Oh! Ja. Da war es. Komm schon! Ja! Bleib stehen. Bleib stehen. Ja, mein Tor, man. Wie schön der gebaut war. What the fuck. Ohne den Gegenwind wäre der schon nichts zusammengekratzt. Alter, sieben über. What the fuck. Ja, dann würde ich sagen, mit diesem großartigen Ergebnis gehen wir ins Ende der Folge und sagen, lasst ein Like da, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Auf Instagram, Twitter, Facebook und so vorbeischauen gerne und auch gerne ein Like da lassen auf den Plattformen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche. Tschö mit Ö. Tschüss. Tschö mit Ö. Untertitelung des ZDF, 2020